Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind wieder in der zweiten Staffel. Schön, dass ihr da bist. Wir sind ja immer noch in Donaueschingen. Wir sind jetzt dabei, hier die Abholstation zu vergrößern, weil dann doch ein bisschen mehr Benzin oder Rohöl anfällt, als wir gedacht haben. Ach komm, das war einer zu weit. Machen wir einen weg. So, dann können wir hier schön Häuschen hinsetzen, damit wir noch ein bisschen mehr Kapazität haben. So, wir haben 303 Öl. So, wie viele Fahrzeuge haben wir jetzt auf der Linie hier? Oh, guck mal, es fahren aber einige. So, die holen es auch gut ab hier. So, mal gucken, ob er lädt. Ja, guck mal, der lädt gut. So, die fahren aber jetzt nach da, weil der das ja da kriegt. Der kriegt auch genug. Guck mal, den kann man ja sogar auf Stufe 4 erhöhen. Kann man den auch erhöhen? Ne, der ist schon auf Stufe 2. Okay. So, müssen wir nur mal gucken, dass wir jetzt auch mal ein bisschen Holz hier hinkriegen. So, ich weiß ja jetzt nicht, worum die Lastwagen von hier kein Holz holen. Da liegt auch kein Holz. Irgendwas stimmt doch wieder nicht. So, guck mal, die müssten doch hier produzieren. Es wird auch nichts versendet. So. Die müssten das Holz doch eigentlich holen. Aber guck mal, der fährt leer. Es kommt kein Holz. Machen wir Linie 32 mal die Fahrzeuge. Alle Fahrzeuge ersetzen. Gucken wir uns mal mit der andere an. Die Holz transportieren. Ne, das sind ja Bagger. Die transportieren auch alle Holz hier. Nehmen wir mal die. Mal gucken, was da passiert. fahren wir mal mit einem mit. Weil es müsste ja jetzt auch Holz dahin gelegt werden. Der Bahnhof, der holt ja welche ab. Hier, der Zug holt ja ab. So, schauen wir mal. Da stellt der Benzin hin. So. Der müsste jetzt hier Holz laden. Und dann müsste er das auch weiter bringen. So, es kommt gar kein Holz überhaupt erstmal hier an. Was will er dann auch... Was will er denn laden? Hier, Versand ist gleich Null. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt mal anders. Wir probieren das jetzt mal aus. Und machen jetzt... Hier mal... Für das Holzdingen extra hin. So. Und dann gucken wir, dass wir die Linie... Hier... Das müsste die hier sein. Linie Abzweig. So. Haltestelle hinzufügen. Und den machen wir weg. So. Und dann schauen wir mal, ob er dann das hinkriegt mit dem Holz. Kann ja sein, dass das irgendwie da nicht funktioniert. Weil das da... Weiß ich nicht, weil er da Öl hin liefert oder so. Keine Ahnung. Aber hier funktioniert es ja genauso wenig. So. Der hat Holz. Er tut es aber nicht hier hin liefern. Aber wo liegt der denn auch mit der Straße dran? Hier? Also, er liegt dran. Der auch. Aber es wird kein Holz abgeholt. Was soll das eigentlich jetzt? Hier wird auch kein Holz hingelegt. Was ist denn, wenn wir jetzt... Hier am Bahnhof... eine Straße herlegen würden? So. Ein bisschen tiefer. Wir müssen nur gucken, dass wir... Na ja, das könnte so gut aussehen. So. Na. Wie soll es bis dahin? Und dann mal gucken. Kann man hier eine Straße durchlegen? Ne. Geht nicht. Hier könnte man aber eine Straße, oder? Ne. Ging auch nicht. Aber was... Was wäre denn... Wenn ich jetzt den weg mache hier... Und jetzt hier... eine Straße dran herlege. So. Und die dann hier hinten herführe... Da dran. Wäre dann das Holzding nicht... Wäre dann das Holzding nicht auch im... Ah ah. Ist es nicht. Ist einfach nicht. So. Gebäude. So. So. Da gibt es keine Linien. Ne. Die Linie wäre ja hier. Genau. Es ist nur die Frage, ob er jetzt Holz dahin legt. Kirchberg an der Yacht. Waldstück 2. Der müsste ja jetzt eigentlich... Warte mal. Der... Soll... In der Jagd hier... Er soll ja nichts laden. Ah ja. So. So kommt ein Schuh da raus. Da... Kann er irgendwie alles laden. Und da... Soll er nur entladen. Haben wir denn jetzt... Vielleicht die Möglichkeit... Das wir Holz da hinkriegen. Das wir Holz da hinkriegen. Das müssen wir dann mal schauen. Ob wir da Holz hinkriegen. So. Und du bist die Linie... Grün. Ja. Du fährst bis da hinten hin. Okay. Okay. Das kann natürlich jetzt hier sein. Weil wir die Linie... An der Yacht... Gesagt haben. Er soll nichts laden. Aber normalerweise kann er eigentlich auch alles laden hier. Kann ihm ja nichts passieren. Und hier kann er eigentlich auch... Alles laden. Nur nichts entladen. Und da soll er alles entladen. So. Da sind die Benzindinger. Aber er hat immer noch kein... Er kriegt immer noch kein Holz. So. Aber hier. Guck mal. Der Versand geht langsam hoch. Gut. Und bei dir? Da geht der Versand auch langsam los. Also müsste es jetzt im Endeffekt... So langsam... Anlaufen. Dass das Holz da hinkommt. So. Was hatte ich denn jetzt hier... Hat sich natürlich noch kein Signal gemacht. So. So. Jetzt ist natürlich die Frage... Hier liegt natürlich Holz rum. So. Jetzt wird das Holz rum. Mal gucken, wann der nächste Zug kommt. Der hält hier gar nicht. Deswegen kann der da auch nichts machen. Linie 5. Warte mal, der kommt. Jetzt müssten wir noch mal neu anlegen. Warte mal, der kommt von hier und müsste ja auch hier halten, ne? Kirchberg, das, dann das und das. Aber Brez Nebengleis, dann müsste er hier auf die 1. So müsste es jetzt was mitgenommen werden. Nimmst du jetzt was mit? Ja. Guck. Da läuft es schon mal. Und hier liegen jetzt auch schon mal Baumstämme. Also schnackelt es jetzt hier auch. Also haben wir jetzt hier wieder umsonst das da rumgebaut. Machen wir es wieder weg. Ne, 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 ne. Das war die falsche Taste. Das war nur die falsche Taste. Okay. Verloren. Hey, du da. Fangen wir zurück. So. Jetzt machen wir dir hier noch wieder so ein Teil hier hin. 2 reicht aber. Da gibt es ja sonst im Moment auch noch nichts anders. So. Jetzt müssen wir natürlich nur gucken. Welche Linie war das? Die. Haltestelle. Da hin. Und dann müsste es ja eigentlich schon wieder funktionieren. So. Das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Läuft eigentlich prima alles. Hier die Ölreferien auch. Gucken wir mal hier was. Es wird immer mehr. Müssen wir mal gucken, ob wir hier LKWs haben, die mehr Kapazität haben. So. Haben wir denn hier. Die können auch Rohöl dran. Aber die haben nur 25. Und der hat 30. 42. 42 Kapazität. Gucken wir mal. Der kann aber auch Rohöl. Die alle. Wo ist er denn jetzt? Wo habe ich ihn denn jetzt wieder? Hier? Hier. Der hat 42. So. Der hat jetzt 30 geladen. So. Bei dem müsste das jetzt hier gucken. Dann müssen wir ja sehen, ob der das hinkriegt. So. Schauen wir mal. Ja. Guckt ihr es an. Jetzt hat er aber. Der hat einen anderen Container drauf. Papag Lloyd. Ist doch gut. So. Schön. Jetzt kriegen wir dann ein bisschen mehr Öl darüber geliefert. So. Guck mal. Er hat jetzt auch schon mal hier Holz mitgenommen. So. Das läuft auch. Ja. Der hat das da hin gemacht. Genau. Genau. Es könnte natürlich jetzt passieren, dass... Ja gut. Ist ja egal. Dann haben sie ein paar Abholstationen mehr. Das macht ja jetzt auch nicht den Kohlfett. so. Dann gucken wir mal jetzt hier weiter. Müsste ja eigentlich an der Yacht alles okay sein. Was haben wir denn hier im zentralen Güterbahnhof? Haben wir denn da jetzt genug Holz und alles liegen? Das haben wir ja hier in den Dingern drin. 247 Holz. Ja, das passt ja. Was haben wir hier? Da haben wir Steine. Alles klar. Kriegen wir hin. So. Hier funktioniert jetzt auch alles soweit. Die Straße könnten wir natürlich jetzt auch mal hier weiterführen. Stadtstraße. So. Da dran kommen. Geht nicht. Ups. Jetzt hängt er. Müssen wir mal gucken. Doch. Jetzt geht's. Guck. So. Guck mal. Dann haben wir da auch noch eine Straße gezogen. Da fliegen unsere Rufschrauber rum. Hier läuft auch alles soweit glatt. So. Würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Donnie.